Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. Ja, beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben beim Sammeln und... Ja, wie ich glaube, ich glaube, wir sind hier auf dem Bauernhof. Und wir müssen uns ja jetzt aufmachen zu dem Hubschrauber, der uns hier abholen soll. Bevor wir jetzt losgehen, muss ich jetzt mal nochmal auf die Karte gucken. Ich glaube, wir müssen den linken Weg nehmen und dann... Ah, darüber, ja. Gut, habe ich zwar schon hunderttausendmal rübergeguckt. Ah, hier bekommen wir noch Munition. Das ist sehr gut. So, dann müssen wir jetzt mal hier rauf. Weil der linke Weg, da müssen wir oben drüber und dann wieder runter. Und dann kommen wir erst dahin. Ich meine sogar, da steht sogar noch ein Vogel. Aber... Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir nehmen mal eine andere Waffe. Und... Müssen wir mal gucken. So. Ja, genau. Da unten steht noch einer. Ja, bevor wir runtergehen, schmeißen wir die erstmal um. Kommst nicht hier hoch. Hihi, versuch doch. Nein. Oh, nee. Wow, mal eben da knapp 50 Schuss verballert. Na toll. Okay, gut. Nicht so dramatisch. Dann haben wir hier noch was. Und wir müssen dann jetzt durch diese Tür. Haben wir hier hinten noch was. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. So, du bleibst jetzt... Wait. ...da stehen. Und ich sorge dafür, dass... ...die Dinger nicht mehr auslösen können. So, den hier. Und die zwei da hinten noch. Wupp. Und der hier noch. So, jetzt darfst du wieder mitkommen. Oh, falscher Knopf. Das war der falsche Knopf. Und macht sie... Oh, sie hat uns die Tür aufgemacht. Das ist aber nett von ihr. Ja, jetzt haben wir wieder fröhliches Laden. Ah, okay. Wir haben es geschafft mit dem Laden. Oh, hallo. Ja, willkommen. Ich habe eine Selektion von guten Dingen auf Verkauf. Okay, gut. Bevor wir wieder mal was kaufen. Verkaufen wir hier. Die Brandgranate behalten. Wir behalten alles, was Munition angeht. Erstmal. Ich habe gar nichts zum Verkaufen. Okidoki. Dann kaufen... Hm, die Red 9 lieber nicht. Boah. 125.050. Hm, ja. Ich weiß leider nicht, wie das Geld heißt. Ich wusste es mal, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Mal gucken, was haben wir hier drin. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber wir könnten noch ein bisschen Munition davon gebrauchen. Nur leider kann man keine Munition kaufen. Ich wollte gerne noch was tun. Was tun wir denn am besten? Die Punisher. 16 Schuss wären gar nicht so schlecht. Die TMP können wir nur... Ach, da sind nur 12.000. Oh. Ja, wir lesen keine Sklavenvorteile. Okidoki. 12.000. Das ist nicht gerade viel. Feuerkraft... Nee, das brauche ich sowieso nicht. Da könnten wir dann 10 Schuss draus machen. Und hier draus können wir 16 machen. Ja. Hm. Welche Waffe werde ich wohl eher brauchen? Ich überlege gerade. Die Pistole oder das Gewehr? TMP. Dafür haben wir ja nicht genug Geld. Komm, wir machen dann das Gewehr. Die Kapazität. Haben wir 10 Schuss? Damit kann man schon was machen. Wir bleiben dann lieber erstmal bei der Pistole. Da haben wir am meisten Munition von. Nee, stimmt der gar nicht. Leon, ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Ich würde lieber nicht hören. Ich bin mir schäuert, dass ich euch das erzähle. Wir haben Kontakt mit dem Schuss. Niemand hat ihn zerbrochen. Aber wir können nicht entscheiden, wer. Great. Wir prämpfen einen anderen Schuss für dich. In der Zwischenzeit möchte ich euch nach dem Extraction-Punkt gehen. Got it. Hm, na toll. Unser Hubschrauber ist kaputt. Ah, dann bleiben wir wohl anscheinend noch länger hier. Hm. What are we going to do, Leon? We're sandwiched, don't right? Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the President's equipped his daughter with ballistics, too. How rude. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Yes, perhaps the young lady might want to introduce herself first, before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the President's daughter. Is she... well, you know. Don't worry, she's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs. Okay. It's game time. Jo, jetzt wird gespielt, okay. Erstmal schieben wir die ganzen Schränke vor die, ähm... Ja, jetzt hab ich, ich hab's gleich, vor die Fenster. So, ich hab das Wort. Um sie ein wenig aufzuhalten. So, und auf der anderen Seite am bisschen auch noch, ja. Wupp, 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 wupp. Jetzt können wir schön fröhlich sammeln. Ich würd gerne die Munition da haben. Ja, danke. So, und hier bekommen wir noch ein rotes Kraut. Oh, das kann man wunderbar kombinieren. Mit dem grünen Kraut da oben. Und das gelbe Kraut kombinieren wir am besten mit einem davon. So, dann haben wir einmal so ein Power-Ding, so ein mittleres Ding und noch so ein Power-Ding. So, das Ding geht sowieso nicht auf. So, jetzt müssen sie so noch reinkommen. Wie viel Schuss? 50, 50 für die Pistole. Dann noch 14. Okay, 114 Schuss. Dann 13 noch da. Macht 127. Ja. Dann 15 für die Strohflinte. Okay. Gut, da kommen wir auf jeden Fall... Hey, hey, hey. Hey. Oh, scheiße. Jetzt kommen sie hier rein. Du bleibst schon draußen. Du auch. Oh, das ist aber nicht. Danke. Hoffentlich kommen die da hinten noch nicht raus. Oh, scheiße. Mist. Nehmen lieber die Strohflinte. So, erstmal alle vom Leib halten, ey. Ich nehme lieber noch eine schnellere Waffe. Boah, halten die viel aus, ey. Nein, 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 nein. Scheiße, so ein Mega-Kopf-Typ. Da nehmen wir direkt mal die... Ja, komm, wir nehmen die Brenngranate. Dann brennen wir sie nieder. Oh, ich habe nicht mehr so viel Munition dafür. Na egal, dann nehmen wir jetzt die Pistole. Schnell nachladen. Hey, 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 hey. Okay, das ist jetzt ziemlich doof. Gut, dann nehmen wir doch lieber die Strohflinte. Jaja, mir geht's gut. Oh, Munition, Munition. Aber ich brauche dringend wieder Energie. Gut, dann nehmen wir das. Dann haben wir leider nicht mehr viel. Hey. Lass mal meinen Freund hier in Ruhe. Sie sind hinter mir. Okay, wir gehen lieber nach oben. Gut, bevor ich irgendwas mache, erst mal nachladen. Ach, danke, Herr Sir. Wir haben wieder... Oh, Energie, 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 Energie. Was? Da kommt schon ein Spacken hoch. Bleib schön unten, du. Boah. Puh. Ne, dann nehmen wir lieber die hier. So, dann nehmen wir wieder die hier. Da haben wir wieder ordentlich Munition. So, das schmeißen wir lieber runter. Da kommen sie nicht hier hoch. Die Spackis. Ja, dann machen wir das mal. Nein, 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 nein. Hey. Ah, so ein Mist. Jetzt hat er uns wieder Energie geklaut. So, wir müssen nur durchhalten. Okay, nochmal eine Brandgranate einsetzen. Muss ich nur noch bekommen. Ja, jetzt habe ich die Brandgranate. Und Feuer. So, das habt ihr davon. Ja, nehmen wir nochmal die Schrumpflinte. Ja, komm, wir nehmen nochmal die Schrumpflinte. So. Hey. Scheiße, scheiße. Ich bin tot. Okidoki. Scheiße. So, Mist. Tja, dann versuchen wir es nochmal neu. Dann schaffen wir es aber. Hoffentlich. Die sind aber auch echt fies. Und schnell. Und verdammt viele. So, jetzt lädt ihr erstmal fröhlich. Dann können wir den ganzen Kampf nochmal neu machen. Ja, wir können die nochmal neu machen. So, ich glaube, dann sollte ich die Waffen ein bisschen anders einsetzen. Ja, das ist gut, das ist gut. Ach ja, ich habe ja nichts zu verkaufen. Tunen wollte ich ja das, die TMP. Ach nee, kann ich ja nicht. Das Gewehr wollten wir ja 10 Schuss machen. Aber ich glaube, das spare ich mir lieber. Die Punisher. Die Punisher, dann nehmen wir... Ach ja, da kann ich ja auch nicht viel mehr machen. Ich habe gedacht, da könnte ich die... Da können wir nur machen. Hier können wir dann nur das machen. Da habe ich aber nicht genug Geld für. Was wäre, wenn ich dann doch was verkaufe? Was können wir verkaufen? Die da. Dann kriegen wir 1000 mehr. Ja, das bedeutet 13. Ja, das reicht aber nicht. Aber wenn wir hier was von verkaufen, dann haben wir genug. Okidoki, ja. Da hätten wir genug. Da bekommen wir richtig Kohle für. Da sind auch schon zwei Sachen dran. Hier ist nur eine Sache dran. Ach komm, dann verkaufen wir die. Hier können wir noch... Kriegen wir mehr dran. Oh, vielleicht können wir dann noch eine andere Waffe aufmatzen. So, zuerst die TMP. Jo, jetzt ist die stärker. Jetzt können wir... Ne, das ist ungewaltig. Nicht. Hier können... Oh, hier können wir dann noch die Kapazität machen. Jo, das machen wir direkt. Gut. So. Jetzt sollte es auf jeden Fall besser funktionieren. Ja, das kennen wir doch schon. Okay, ich drücke das mal weg, weil wir kennen das ja schon. Wissen ja, der Hufschrauber ist abgestürzt. Und wir bekommen dann einen neuen. Ja, da kommen wieder ganz viele tolle Gegner. So, jetzt heißt es erstmal wieder Schrank davor schieben. So, einsammeln. Darüber düsen. Und Schrank davor schieben. Ich glaube, das Beste, was ich machen könnte, wäre nach oben zu laufen, um zu gucken, ob ich da noch ordentlich was einge... Oh, wir können noch ein bisschen schieben. Komm, wir schieben noch ein bisschen. Ein bisschen was einsammeln. So, erstmal alles hier kombinieren. So, kombiniert. So, das packen wir uns am besten da oben hin. Das kommt da hin und dann haben wir... Nein! Das wollte ich jetzt aber nicht haben. Wir bleiben bei der Pistole. Und rennen jetzt mal schnell nach oben. Und hier oben... Oh, eine Blendgranate! Die kann man super gebrauchen. Eine Handgranate, auch super zugebrauchen. Achso, da hat sich echt schnell versteckt. Okay, geht klar. Da kriegen wir eine Brandgranate. Oh, hätte ich gern... Oh, egal. Oh, egal. Wir haben ja ein rotes und grünes Kraut bekommen. Hey, hey, wer ist... Da sind sie schon draußen. Gut, ordentlich Granaten. Und ein bisschen mehr Energie. Oh, die ist schon tot. Hätte ich gar nicht drausschießen müssen. Na, komm. Use this. Oh. Oh, Planegranate. Oh. Ich hab gar keinen Platz mehr dafür. So, Mist. Okidoki, das ist jetzt schwierig. Hm. Ja, das bringt jetzt nichts, wenn ich hier ein bisschen umräume. Hm, 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 hm. Dann haben wir immer noch den selben Platz. Und wenn ich das so mache, hab ich auch nicht genug. Tja, dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Und das geht natürlich auch nicht. Ja, toll. Kriege ich überhaupt so viel Platz hin? Nee, ich krieg nicht genug Platz. Hm, das ist jetzt aber echt blöd. Puh, du, 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 du. Alles ziemlich... Bum, 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 bum. Na gut, dann haben wir eben halt nicht genug Platz. Dann müssen wir es halt anders machen. Dann können wir sie später ein... Ein... Ne, ne, das wollte ich jetzt nicht haben. So, ja, davon... Hey, ihr bleibt schön draußen. Nein, nein, nein. Boah, ey, der hält aber viel aus. Ah, nein, wir haben noch nicht genug Munition dafür. Nein, die können wir nicht nehmen. Aber wir haben ja eine Blinkgranate. Die setzen wir jetzt am besten. Ah, nein, nein. So, jetzt habe ich es. Hey, hey. So, die sind erledigt. Jetzt nehmen wir lieber doch die schnellere Waffe. Oh, das tut mir leid. So, nachladen, nachladen. Oh, jetzt sind wir auch da im Topf gepatzt. Aufpassen, aufpassen. Okay, er hat echt zu kämpfen. Alles gut. So, Blinkgranate. Und Pistole wieder. Mist, Mist. Okay, Energie. Und Schropphütte. Wieso bleibt denn der jetzt die ganze Zeit da so stehen wie angewurzelt? Äh. Hallo, haben wir jetzt einen Ladefehler oder was? Oh, Kacke. Okidoki, wir haben gerade eine Leerefeder. Boah. Wow, alter Schwede. Okay, wir müssen uns den Weg freischießen. Nein, 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 nein. Das könnt ihr vergessen. Äh, ja, die wäre gut. Gut. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Mist, jetzt habe ich wieder so eine... Äh, eigentlich so viel Energie. Und unser Kumpel hilft uns nicht mehr. Hallo? Oh, scheiße. Boah, ey. So, Mist, wir verlieren wieder Energie. Puh, durchatmen. Leider kann man so nicht nachladen. Mh, da haben wir keine Munition mehr für, aber hier haben wir noch ein bisschen was. Nein, wir nehmen die Granate. Okay, ich glaube, ich habe sie Kacke geworfen, aber egal. Oh, nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Äh, der steht direkt hinter uns. Scheiße. Puh. So, da ist raus damit. Und wieder umdrehen. Umdrehen, umdrehen. So. Shit, 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 shit. Dafür haben wir noch ein bisschen Munition. Okay. Schneller, 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 schneller. Oh, scheiße. Das war eine Kack-Idee. Das war eine Kack-Idee. Das war eine Kack-Idee. Okay, Merkel, nicht mehr auf Köpfe schießen. Köpfe, Köpfe, Köpfe. Wir haben keine Energie mehr. So ein Mist. Scheiße. Jawoll. Okay, wir sind schon wieder tot. Das ist aber so ein Shit, ey. Mann, schon wieder tot. Juhu. Ah, super, okay. Ah, ja. Schon ein schönes Spiel. So, jetzt lädt er erstmal wieder. Ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Und ich versuche es dann nochmal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es war nicht allzu grässlich. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste nochmal. Oder hören nochmal voneinander. Tschöö.